Hallo meine Freunde, MC Rekord am Start. Welcome back! Was spielen wir? What the fuck? Skywars. Let's go! Straight runter, oder? Wie sieht's aus? Ja, er ist unten und dann unten. Und dann schickt er gar nichts. So falsch. Wo ist der andere? Er ist draußen. Er ist draußen. Das war so klar. Der will noch weg aus seinem Scheißspazieren. Nein! Was? Junge, ich suche diesen Schritt gar nicht. Speed. Da kommt jemand. Oh fuck. Oh, der Save, Alter, der Save. Kommt weiter, kommt der zweite. Junge! 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 Der hat sich angezündet. Wo ist der? Hier, die Kills, die flohen! Wir kaufen sie überhaupt nicht. Oh, lol. Okay, erst noch weggegeben. Das war schlecht. Jo, aber ich hab den Hort gegeben. Ich hab vergessen, wie es geht. Guten Abend! Guten Mittag! Guten Abend, meine Freunde. Herzlich willkommen. Zurück. Auf Starbase. Wir sind wieder am Start heute. Seit 8 Monaten. Wir haben alles wirklich mal zur Hand. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Wir hatten keine feste Ahnung. Wir haben jeden Tag immer nur irgendwie Scheiße gemacht. Hm. Das ist uns. Ich war aber... Ich hab die Kiste. Ich hab die Kiste. Ich hab die Kiste bekommen. Ich hab die Kiste bekommen. Du kannst da rein spinnen. Du kannst da rein spinnen. Du kannst da rein spinnen. Und raus. Das ist ja voll gut. Zum Glück kann man sich nicht hier den Kopf oder so anhauen. Das ist ja echt geil. Bei den Lassen noch ein bisschen krass. Das geht gut. Sauber Tisch. Ja Leute. Wie ihr seht, spielen wir hier Jump League of Gorme HD. Was hast du nie gegeben auf Serpace? Ähm. Also nicht auf Gorme. Ja. Genau. Jump League hat's schon oft gegeben, aber... Die Minecraft-Server sind sterben. So sieht's aus. Weil... Ja. Playminity gibt's ja nicht mehr. Playminity gibt's nicht mehr. Teamolia gibt's nicht mehr. RIP. Alles. RIP. Gorme hat noch irgendwie im Schnitt 4000 Spieler. Revi hat irgendwie 500 im Schnitt. Ja. Also schon geil. Läuft auf jeden Fall. Minecraft-Community am sterben. Minecraft ist... Die Minecraft-Community wird einfach nur alt. Ja. Ja. Das Problem kennt man auch aus sonstigen Bereichen des Lebens. Ja, wie alt ihr die Menschen endest, dumme. Ja. Veralterung. In der ganzen Zeit gibt's halt andere Kinderspiele. Ja. Also so ganz unbekannte wie zum Beispiel Fortnite. Ich spiele echt niemand. Nee, ich spiele nicht Fortnite, das ist so ein Drecksspiel. Was sind denn die Daily Missions für... Nee, du hast kein Battle-Plassen. Ich habe mich gar nicht so richtig gefragt, was die Daily Missions sind. Dann haben wir noch keinen. Aber, ihr wisst ja... Ihr habt das konstruktive Kritik-Video auf unserem Kanal ja schon gesehen zu Fortnite. Bin ich ehrlich? Ich habe mir das Video nicht angeguckt. Nein, du wichst. War mir schon klar, also... Ich habe hier mal reingeguckt, aber das ist irgendwie voll langweilig. Ja gut, damals... Da hat es halt noch niemand gefeiert. Und auf einmal... Kommt halt... Kommen halt die ganzen YouTuber und dann auf einmal ist halt in das Spiel. Bestes Modul. Richtig easy einfach. Bist ja gleich fertig, warte mal vorm Ziel. Ey, ich werde noch so hart sterben in dem Modul, also... Safe nicht. Welchem Modul bist du jetzt? Beim letzten... Fuck my life. I have to... Aufholen. Was ist das in Englisch? Vielleicht du hole auf? Ja. Jesus Christ... Ja, warte mal. Ich glaube, ich kann da warten. Ja, das wäre... Schon chillig, so. Ja, ich kann warten. Ach, meine Freunde, ey. Was ist denn los? Ich rasiere? Beste Leben, Alter. Leute, ich kann ein Eisenschwert machen. Echt jetzt? Nein, das war... Ich habe wirklich... Vollkommen den Crap. Eisenschwert, beste Leben. Wenn... Oh mein Gott. Werde ich einen Jump schaffen. Pfff... Ich schaue bei dir. Hä, das Modul? Was? Das ist ja... Das geht ja voll. Das hat letztes Modul. Hä? Das war doch... Das ist schwer, Alter. Das war noch nie schwer. Weißt du was? Ich habe viel levelig gefunden, ob ich meinen Bogen verzaubert kriege. Loil, stimmt. Ich kann das ja auch noch verzaubern. Holy fuck. Ich habe 6 Blöchchen. Power 1 Bogen. Junge, Stärke... 5000? Hast du... Hast du ein Steinschwert? Oh fuck. Das war jetzt richtig unnötig, da zu sterben. Das war richtig unnötig, Alter. Jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Nein, nein, nein. Du wartest bis zum Schluss. Ich könnte es noch packen. 3 Eisen schon. Okay, jetzt kannst du beenden. Alter. Alter. Was? Eine Hunde. Und ich habe keine Hose. Dein Ernst? Was? Ich habe dir eine Chain noch. Scheiß Spiel, Alter. Gib mir nicht mal eine Hose. Ich habe eine Steinschwert. Du bist du? Ich brauche einen Steinschwert. Du bist... Ich brauche einen Steinschwert. Dings... Go, Alter. Was ist das für ein Geil zu kippen? Ich brauche da immer noch meine Steinhose, Alter. Haltbarkeit? Nicht dein Ernst. Ich will auch keine Haltbarkeit. Ich will nur noch keine Steinhose. Steinhose? Ich weissd wo du bist. Stein bist aber so ein. Ja die Steinhose ist Steinhose. Ich hab mein erwerbliches Holzschwert und das ist irgendwie echt erzählt. Nee ich hab gar keinen, sorry. Ich hab auch ne Holzschwert sonst. Yikes. Nö. Yikes. Hey hier ist schon wieder dieser Kosteritas, den ich mir vorher auch schon gespielt habe. Ähm. Alter der drückt mir aber auch derbe sein. Ich würd noch. Der hat noch ein Herz. Was? Ich hab den gehittet gerade. Ja der geht in Regeneration. Oh johu jetzt hat er sich voll geheilt. Wo bist denn du? Ich krieg mal noch nen Kill. Mädels, gib mir Kill. Ich krieg nur haltbar keinen Schwert, das ist scheiße. Also welche. Oh. Fuck. Angst. Kein Ding. Ja was wollen die alter? Sterben wollen sie. Wollen die unsere Equip oder was? Komm lass die Mailung gleich holen. Oh. Oh. Das ist, das ist, das ist. Ja der. Wo sollen die auch noch? Lass mich mit den einzigen Beinen, die was können alleine. Was holen. Ja easy. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ach du scheiße. Ja die können erst auf was. Und die lecken dann auch voll ne? Jo der eine leckt halt mega alter. Jo. Ok ich hab Regeneration. Let's go. Drauf. Drauf. Geh ihm. Oh. Oh. Das war der Booster. Oh. Junge. Diese Kombo, die der mir grad gegeben hat. Holy fuck. Danke schön. Oh. Shit. Ich muss irgendwas verzaubern. Chill mal kurz. Bann 1. Ist das dein scheiß Ernst? Das kriegst du denn hier für Müll drauf? Gib mal her. Ne ich hab kein Level. Oh da. Oh. Oh. Halbes Level. Auf jeden. Halbes Herz. Ja. Wo bist du denn? Heutzweil ist halt fast kaputt ne? Ich hätt noch ein paar. Oder 1. Ja ich hab auch noch 1. Ja ich hab auch noch 1. Ich weiß nicht wo du bist. Die selbe Stände wie gerade eben noch. Ich weiß nicht wo du es war. Keine Ahnung. Ja wo bist du denn? Warte ich geh mal den Typ hin. Ah. Ich hab das gesehen. Meck. Nutzkraft. Junge. Was ist los hier hochrendert? Der rennt da einfach mal hoch. Als ob er das so schafft in der Zeit. 2. So jetzt warte ich will noch 1 verzaubern. Schusssicher. Mega. Schärfe. Endlich. 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 Jetzt geht's ab. Die Luz hier geht ab. Ja Junge. Das sind halt eh nur noch Lows hier. Wow. Wow. Kommen wir gleich nochmal. Die Bogen jetzt des Todes alter. Damn. Wie ich das noch versucht alter. Ey was ist das der letzte? Können wir ein 1. Schritt machen. Ja easy. Ich könnte es dir sogar verzaubern nochmal. Kannst du probieren wenn du es. Ja komm her. Ja. Wo bist du? Bei dem Turm in der Mitte. Ja. Wo ist der Typ jetzt? Der darf nicht gewinnen. Ne. Safe ist der da schon. Ne. Die Mitte ist ja irgendwo anders. Ja. Wir müssen es. Mein Gott hier liegt jeder 2. Ja. Entschuldigung. Dass er so im letzten Moment einfach in die Mitte jumpen kann. Dann gewinnen. Oder er ist auf Kraft. Ja. Habe ich ihn da gerade gesehen. Du kriegst übrigens nicht den Win. Habe ich das schon gesagt. Ich würde die Kuh gerade in die Mitte fließen. Fuck. Nicht dein Ernst. Was ein Wichser. Der hat sogar Equip. Haha schwer. Haha lustig. Richtiger Vollidiot alter. Das war es mit einer Runde Minecraft of the Base. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wir sind nicht back. Wir machen Videos wenn ihr Bock drauf haben. Wenn ihr Vorschläge habt. Was für Spiele wir in Zukunft spielen können. Schreibt es in die Kommentare. Oder klickt auf die Abstimmung rechts oben. Auf das i. Und dann könnt ihr schon mal. Da haben wir eine kleine Auswahl zusammengestellt. Da könnt ihr ja eben abstimmen. Weil ich das Spiel gebrockt habe. Aktiviert ihr Bocken. Ja. Wir wissen gar nicht ob das überhaupt jemand hier schauen wird. Aber wenn ja. Schreibt es wie immer in die Kommentare. Let's go meine Freunde. Rock'n'Roll. Und just do your things. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Ciao.